Die Zeit ist reif, in Wiesbaden mehr Rad zu fahren. Die Zeit ist reif, ein Zeichen zu setzen. Die Zeit ist reif, Wiesbaden lebenswerter zu machen. Dass Kunden wieder mehr Mut in der Kommunikation zeigen und sich durch professionelles Design als Mehrwert abheben. Die Zeit ist reif, mehr Zeit mit unseren Kindern zu verbringen. Zu erkennen, dass die Designtage Wiesbaden zwar vielleicht nur einmal im Jahr stattfinden, dass wir bei uns in der Branche aber 365 Tage im Jahr die Chance haben, unsere Zukunft zu formen, mit den Geschichten, die wir erzählen und mit denen wir Menschen berühren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017